hallo und herzlich willkommen hier bei unserem nächsten kleinen ivp tutorial wie immer schön dass alle da sind wir haben uns heute mal maschinenspezifisch ein bisschen was auf den zettel geschrieben weil es einige sogenannte customizable oder veränderbare maschinen in ivp gibt wir wollten mal in kurzen worten auf die jeweiligen maschinen darauf aufmerksam machen und die funktionen darlegen beziehungsweise auch die restriktionen darlegen da eine rollenbahn oder eine rollenbahn zum beispiel nicht bis ins unendliche skalierbar ist das wissen natürlich die meisten uns war es von anfang an nicht klar deswegen haben wir datenblätter um datenblätter mit den jeweiligen experten gewälzt und sind dann auf die physikalischen restriktionen der einzelnen objekte natürlich eingegangen nicht dass man dann die rollenbahnen kilometer lang macht und dann geht das ja nicht also fangen wir doch gerade mit der rollenbahn mal an und zwar nehmen wir die uns uns diese maschine hier hin oder diese rollenbahn klicken wieder f dann haben wir sie so schön im fokus und dann gucken wir uns die mal aus der seitenansicht an so nun ist es so dass die standardbreite mit der die rollenbahn hier immer rein geflogen kommt 1200 millimeter breit ist und 3580 millimeter lang ist jetzt kann ich diese rollenbahn über mehrere funktionen editieren das bedeutet entweder über diese händels die wir hier an der seite sehen wenn ich sie zum beispiel mal versuche unendlich oder ins unermessliche breit zu ziehen dann sehe ich schon aha das hört hier irgendwann auf warum hört das irgendwann auf weil laut restriktion der datenblätter eine rollenbahn maximal 2 meter 40 breit sein kann wir unterscheiden hier zwischen der eigentlichen maschinen breite und der nutz breite dazu gibt es aber demnächst noch mal ein kleines update aber perspektivisch nicht wundern wenn ich die rollen waren nicht breiter als 2 meter 40 man kann das geht nicht das gleiche gilt für wie schmal kann ich sie machen ich kann sie nur bis zu einem gewissen punkt schmal machen das heißt schmaler als 60 millimeter geht sie einfach nicht und das gleiche funktioniert hier für die länge dass ich sie wir sehen es rechts unten ein bisschen mehr als acht meter ist das maximum was sie lang werden kann länger kann sie einfach nicht werden das gleiche funktioniert hier auf die in alle richtungen das heißt kürzer als 58 cm kann sie einfach nicht werden ich kann alle einstellungen sowohl hier per drag and drop machen als auch hier per einstellung im im customer ist im inspector window wenn ich jetzt ein wert zum beispiel eingebe wie ich es gerade eben gemacht habe wie 3000 oder wir geben mal 4000 ein dann springt die immer auf den nächstmöglichen wert das bedeutet die maschine unterliegt gewissen baugrößen oder bauschritten da gehört dann zum beispiel der faktor zu wenn ich sage ich möchte sie 3000 millimeter breit haben 3000 millimeter lang haben dann ist die nächst größere baumöglichkeit 2 meter 98 das ist rest das ist limitiert oder in der logik deswegen nicht wundern wenn man nicht genau drei meter hinbekommt dann ist das einfach so nicht möglich oder baulich nicht möglich mit sonderkonstruktion bestimmt aber ist nicht in diesem iwp modellbaukasten bis dato angedacht jetzt ist es ja so dass ich manchmal eine steigung überbrücken muss und diese steigung wir machen es mal hier dann sieht man das so ein bisschen und diese steigung kann ich hier aktivieren oder deaktivieren dann tut sich hier unten ein feld auf das bedeutet wenn ich mit einer einlaufföhe von sagen wir mal 1200 mm anfangen und mit einer auslauf höhe von 500 mm ende dann generiert es mir hierzu eine steigung und zeigt mir den jeweiligen winkel dazu an haben wir als feedback bekommen dass das eine wichtige sache ist haben wir übernommen wenn es hier andere dinge noch gibt die zu beachten wären sind wir da offen für das war so für uns jetzt erstmal das maßgebliche kriterium um sozusagen höhendifferenzen zu überwinden wenn wir die steigung wieder ausmachen können wir uns noch kurz angucken dass es die rollenbahn über verschiedene ebenen gibt das bedeutet sie können zwei ebenen oder drei ebenen hoch sein und diese ebenen kann ich jetzt sozusagen in arbeitshöhen voneinander variieren zum beispiel von 2400 mm auf 2000 mm und die muss bei 2800 mm sein zudem ist es so dass ich die füße jeweils sichtbar oder unsichtbar machen kann das hilft manchmal zur visuellen darstellung einfach kann sie aber auch einfach jederzeit hier wieder ein einblenden sozusagen so das waren auch schon eigentlich alle funktionen die wir zur rollenbahn zu sagen hatten wie immer bei fragen oder wünschen einfach anrufen melden schreiben drunter kommentieren wir kümmern uns